Voll chillig hier. Hallo zu einer Weiteranfeuerung. Oh, ich glaube das geht. Ist doch keine Milchplage. Hier ist auch nicht dabei einer drinnen. Eine Kaskade. Ich glaube sogar zwei. Wir werden hier nicht alles toll. Mal sehen. Da ist einer. Hier unten könnte ein bisschen höher sein. Keiner drunter. Sind ja doch zwei. Hier ist einer. Da ist einer. Die Milchplage deswegen, weil auch in den Rundteich natürlich einer schon stehen müsste. Und in den großen Säcken, äh, großen Teich, habe ich letztes Mal sechs Stück gezählt. Und das ist, wird mir langsam unheimlich. Und da ist eine Milchplage. 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 Die Milchplage auf Langgang. Im großen Teich. Hier ist einer gerade rausgekommen. Die Milchplage ist auch schon einmal draußen. Da sind so ungefähr schon wieder. Das ist ein bisschen ein bisschen ... ... flüchtlingsabschlag ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020